Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute gibt es wieder ein Pfeifen Review und zwar die ATH Chaneva. Ja Leute, wie gesagt, heute das Review zur ATH Chaneva, eine Vierschlauchpfeife aus dem Hause ATH. Ihr wisst ja, dass ich die ATH Tradi da habe und extrem liebe und auch schon hier und da mal mit einer L-Steel und Co. geraucht habe und auch die sehr, sehr nice war. Allerdings haben die mir vom Design oft nicht so zugesagt. Jetzt aber die Chaneva und die Chaneva finde ich deutlich, deutlich schöner. Deswegen heute das Review zu dieser Pfeife, aber wie immer in dem Review als erstes Mal der Aufbau. So, dann kommen wir mal zum Aufbau von der ATH Chaneva. Ihr seht, ich habe alles vor mir auf dem Tisch liegen. Leider heute ohne zweite Kamera, da brauche ich eine neue SD-Karte. Die andere ist auf einem witzigen Wege gestorben. Aber wir fangen einfach mal an. Ich zoome ein bisschen ran, ist ja 4K, das heißt, ihr solltet das trotzdem sehr, sehr gut sehen. Hier ist als erstes Mal die Base und wir sehen schon, es ist eine Vierschlauchpfeife. Die Base ist sehr, sehr massiv und wir sehen auf der Unterseite ebenfalls noch, dass wir hier ein Closed Chamber System haben. So, in die vier Anschlüsse kommen auch als erstes Mal, ich würde sagen, drei Kugeln, weil ich will die ja jetzt alleine rauchen. Das heißt, in den Anschluss hier kommt keine Kugel rein und das wird dann mein Anschluss. So, und als nächstes kommen hier die Schlauchanschlüsse drüber. Die Gewinde laufen sehr, sehr easy, lässt sich alles gut zusammenschrauben. Man hat auch einen schönen Gewindestopp, also das Ende vom Gewinde ist irgendwie nicht weich oder so. Das ist sehr, sehr präzise, sodass man dann auch direkt merkt. Manchmal braucht man eine kleine Sekunde, um den Anfang vom Gewinde zu finden, aber an sich immer sehr, sehr schnell ready. Also hier haben wir vier von den Schlauchanschlüssen, die kommen dann hier einfach mit rein und dann kommt an die Base als nächstes die Rauchsäule. Die wird einmal verschraubt von oben. So, kleine Besonderheit an der Chaneva ist, dass wir hier oben keinen Schliffanschluss haben, sondern man legt den Teller drauf und schraubt dann den Kopfanschluss fest. Das ist ein bisschen ungewohnt, weil bei diesen Vierschlauchpfeifen sind wir es ja eigentlich gewohnt, dass wir oben einen 18,8er Schliff haben. Auf der anderen Seite ist das ganz nice, weil abgesehen von den Schlauchanschlüssen kann ich dann jetzt folgenden machen. Kann die einfach umdrehen und wir können hier noch unser Tauchrohr anschrauben. Das Tauchrohr hätte ich mir tatsächlich ein kleines bisschen dicker vorgestellt, aber wirkt trotzdem bärtig und lässt sich auch einfach verschrauben. Plus wir haben hier unten noch einen Diffusor, den wir an- und abschrauben können und dann war es das schon zu dem Aufbau von der ATH Chaneva. Hier haben wir allerdings noch das mundgeblasene Kristallglas, das dabei ist. Ich muss sagen, es sieht wunderschön aus. Mir gefällt die Farbe unglaublich gut und mir gefällt diese Riffelung hier unten am Boden super, super gut. Also es ist wirklich sehr, sehr hübsch geworden. Es steht zwar Kristallglas drauf und ich glaube auch, dass es Kristallglas ist. Allerdings kann man dieses Kristallglas meiner Meinung nach nicht mit dem tschechischen Kristallglas von zum Beispiel Cäsar oder sowas vergleichen. Aber man muss auf jeden Fall sagen, dass die Bowl deutlich wertiger wirkt als so die meisten Standard-Steckbowls, die man so kennt. So, dann einfach noch unseren Stem hier auf die Bowl packen. Drei Umdrehungen würde ich schätzen. Ja, drei Umdrehungen ungefähr und dann ist das Ding zu. Und dann können wir es wieder aufmachen, Wasser rein machen und dann sehen wir uns im Review wieder. So, dann können wir es wieder aufmachen, Wasser rein machen und dann können wir es wieder aufmachen, Wasser rein machen und dann können wir es wieder aufmachen. So, dann können wir es wieder aufmachen, Wasser rein machen und dann können wir es wieder aufmachen. Ja, Leute, Aufbau habt ihr gesehen. Die Pfeife kommt zu euch mit vier Schlauchanschlüssen schon dabei. Das heißt, vier Schläuche und Mundstücke dran und es kann auch direkt mit vier Leuten losgehen, solltet ihr das wollen. Ich würde jetzt nicht vier Leute an eine Pfeife hängen. Und denkt dran, im Aufbau habt ihr gesehen, ich habe eine Kugel rausgelassen. Das könnt ihr natürlich auch nur machen, wenn ihr alleine raucht. Wenn ihr mit mehreren Leuten raucht, muss in jeden Anschluss eine Kugel rein. Ganz, ganz wichtig. Aber die ATH Chaneva, eine Pfeife aus Edelstahl aus dem Hause ATH mit einer Kristallglas Bowl, die handgeblasen ist, so wie drauf steht. Vier Anschlüsse habt ihr. Sie kostet ungefähr 200 Euro. Man kriegt sie auch hier und da mal günstiger. Bei ATH kostet sie jetzt gerade 193 Euro. Manchmal findet man sie auch noch ein bisschen günstiger. Da müsst ihr euch einfach mal ein bisschen umgucken oder vielleicht auf gute Angebote warten. Ja, wie immer bei so einem Review hangeln wir uns da an verschiedenen Punkten entlang. Nachdem wir gerade den Aufbau gesehen haben, machen wir als erstes weiter mit der Verarbeitung. So, die Pfeife sowie die Bowl kommen, soweit ich weiß, aus der Türkei. Kostet, wie gesagt, unter 200 Euro, was für eine Vier-Stauch-Pfeife nicht günstig, aber auch nicht super teuer ist. Ich sage mal, so die ernstzunehmenden Vier-Stauch-Pfeifen fangen so bei 140, 150 Euro an und gehen dann aber schön weit hoch. Bis zur Aeon Edition 4 Premium für 360 oder 370 Euro liegt die also so ungefähr im Mittelfeld. Und Verarbeitung würde ich sagen, ist solide, aber nicht krass. Das heißt, es ist okay, es erfüllt alle meine Ansprüche an eine gescheite Verarbeitung. Aber es ist jetzt auch nicht jedes Gewinde butterweich und man trifft nicht jeden Ansatz von jedem Gewinde sofort. Aber, wie gesagt, sie erfüllt meine Ansprüche auf jeden Fall. Und ich finde, für 193 Euro ist die Verarbeitung auf jeden Fall top. Also, wenn man hier an den Gewinden dreht, da kratzt nichts, da macht nichts Geräusche oder so. Aber man merkt, wenn man an den Gewinden wackelt, so, das ist nicht made in Germany und super kranke Qualität. Aber es ist wirklich ordentliche Qualität. Und ich sage mal so, sie ist aus Edelstahl und Kristallglas. Und wenn dann die Verarbeitung in Ordnung ist, finde ich es eigentlich relativ fair. Ob euch die Pfeife 193 Euro wert ist, das müsst ihr im Endeffekt wissen. Ich kann euch nur sagen, Verarbeitung auf jeden Fall schon mal sehr angenehm. So, als nächstes kommen wir zur Optik. Optik, wie gesagt, immer ganz subjektiv, Leute. Die Pfeife muss euch gefallen und auch nur euch, wenn ihr euch die kauft. Das heißt, was Freunde sagen oder was ich sage, ist im Endeffekt relativ irrelevant. Solange sie euch unglaublich gut gefällt, ist der Rest egal. Aber ich finde auf jeden Fall die Chaneva für eine Vier-Stauch-Pfeife extrem schön. Sie ist nicht super groß, was ich sehr, sehr angenehm finde. Ich finde das gerade Design von der Rauchsäule schön. Wäre mir aber zu langweilig, wenn da nicht noch die Cuts und hier die Rillen unten und oben wären, die man dann eben hat, die das Ganze dann doch ein bisschen besonders machen. Diese Cuts in der Rauchsäule sind relativ willkürlich oder es wirkt zumindest so. Aber es wirkt auch nicht chaotisch. Deswegen finde ich eigentlich ganz nice. Die Schlauchanschlüsse finde ich schön gemacht. Bei den Schliffanschlüssen muss man sagen, die sind etwas kleiner. Ich glaube 14,5er oder ein eigener, bin ich mir gerade gar nicht sicher. Muss ich nochmal mit dem 14,5er testen, blende ich euch dann nochmal ein. Die Base finde ich schön designt. Sie ist relativ klein gehalten, sehr, sehr kantig gehalten. Und bis auf diese drei Rillen hier habt ihr nicht viele Verzierungen in der Base. Ich finde sie aber sehr, sehr schön. Und mein Highlight bei dieser Pfeife ist auf jeden Fall die Bowl. Also mit den Cuts hier und diese Farbe, die dann auch noch so gut zu den ATH-Köpfen passt. Plus mein Top-Feature bei dieser Bowl, diese Riffelung unten im Boden, die nicht nur für ein bisschen mehr Stammfestigkeit sorgt, sondern auch irgendwie super nice aussieht. Und mit der Wölbung bzw. mit der Lichtwölbung durch das Glas sieht das dann einfach super fancy aus. Long story short, mir gefällt die Pfeife gut. Ob sie euch gefällt, müsst ihr im Endeffekt selber wissen. Ja, und damit kommen wir zum wichtigsten Punkt, dem Rauchverhalten. Und da kann ich sagen, die ATH-Chané war auf jeden Fall unglaublich überzeugend. Ihr habt einen sehr direkten Anzug, ihr habt einen sehr guten Durchzug. Und auch das Entdüften geht relativ easy. Also mit Anzug meine ich, wie fühlt sich das an, bis hier der Rauch sich wirklich gesammelt hat. Wie lange dauert das, bis der Rauch seinen Weg gegangen ist, den er gehen muss, bis er bei uns in der Lunge ankommt. Und das ist bei der ATH-Chané war auf jeden Fall sehr, sehr direkt. Ich entdüfte gerade mal komplett und jetzt nehme ich einen Zug und ihr werdet sehen, wie schnell sich hier die Bowlen mit dem kompletten Rauch füllt. Also Anzug sehr, sehr gut. Und ihr merkt auch, wie kurz ich ziehen muss. Also Durchzug ist auch sehr, sehr nice. Ich würde sagen, auf einer Skala von 0 bis 10 hat die Chané war ohne die Kugel eine 8 und mit der Kugel eine 7, was immer noch sehr, sehr geil ist. 10 ist nicht das Beste für mich. 10 ist nur das, was ich weiß, was den meisten Durchzug hat. Und ich würde sagen, das ist so eine Ocean Euphoria. Die hat einen sehr, sehr kranken Durchzug. Für mich persönlich schon fast zu krank. Für mich ist dieser Bereich 7 bis 8. Je nachdem, für ein krasses Overpack manchmal auch eine 9. Für ein fluffiges Abstandsetup manchmal auch eine 6. Aber so der Sweet Spot 7 bis 8 beim Durchzug hat die Chané war. Und das ist auch wirklich halt mein Sweet Spot. Also für mich der Durchzug sehr, sehr nice. Ist jetzt auf Kontakt gebaut ohne Kugel. Trotzdem sehr, sehr nice der Durchzug. Also mit Kontakt würde den Durchzug ein bisschen verringern. Ohne Kugel verbessert den Durchzug wieder ein bisschen. Aber unterm Strich gefällt mir der Durchzug auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich mache mal die Bowl nochmal komplett leer. Und nehme mal einen kompletten Zug. Und dann könnt ihr anhand der Zeit ungefähr euch vorstellen, wie der Durchzug so ist. Speaking of Bowl leer machen. Das Closed Chamber funktioniert auch sehr, sehr gut. Also Closed Chamber heißt im Grunde ja nur, dass das einmal umgelenkt wird. Sodass der Rauch gerade nach unten in die Bowl geht. Und nicht irgendwie schräg und dann da verwirbelt. Und dann kriegt man die Bowl nicht leer. Aber was eben ein Closed Chamber auch noch bringt. Ist halt oft, dass man die Bowl schneller entlüften kann. Und bei der Chaneva braucht man auch nur ein halbes Lungenvolumen, um einmal die Bowl komplett zu entleeren. Aber ich nehme mal einen kompletten Zug. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wie der Durchzug so ist. So, also für den kompletten Zug auf jeden Fall relativ fix. Ich zeige euch nochmal das Entlüftungssystem, wie das aussieht. Muss man noch ein paar Sachen zu sagen. A, das funktioniert natürlich nur. Oh, jetzt steht hier überall der Rauch. Das funktioniert natürlich nur, wenn ihr aus dem Anschluss, mit dem ihr raucht, eine Kugel rausgenommen habt. Was ihr nur machen solltet, wenn ihr alleine seid. Ansonsten müssen die anderen Leute den Schlauch zu halten. Das ist viel zu nervig. Aber wenn ihr alleine seid, dann geht das eben. Und ihr seht auch Closed Chamber. Kurzer Puster. Und dann ist die ganze Bowl wieder leer. Also auch da sehr, sehr nice. Sie hat natürlich kein besonderes Entlüftungssystem. Klar, es ist eine Vierschlauchpfeife. Da ist es immer extrem schwierig, ein cooles Entlüftungssystem einzubauen. Oder eins, wo andere Leute noch mit entlüften können, wenn eine Kugel drin ist. Gibt es eigentlich im Moment nur zwei Pfeifen. Einmal die Pro X oder die Aeon Edition 4 Premium. Die haben das beide mit drin. Aber die liegen auch beide so zwischen 350 und 380 Euro. Das heißt, das ist nochmal ein ordentlicher Sprung nach oben vom Preis. Aber just saying, eine Vierschlauchpfeife hat in der Regel kein krasses Entlüftungssystem. So auch die Janeva. Aber wenn ihr alleine raucht, funktioniert das Entlüften auf jeden Fall relativ easy. Also eine Pfeife komplett aus Edelstahl. Die meiner Meinung nach auf jeden Fall nice aussieht. Die noch eine Kristallglasball hat. Mit ordentlicher Verarbeitung und einem sehr, sehr angenehmen Rauchverhalten. Ich finde sie ist 193 Euro wert. Ob ihr findet, dass sie 193 Euro wert ist. Oder für euch das wert ist. Das müsst ihr im Endeffekt wissen. Aber ich hoffe, dass ich euch mit dem Review hier ein bisschen helfen konnte. Sollte es euch geholfen haben, gerne ein Like oder ein Abo da lassen. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Eure Shisha WG